In diesem Erklärvideo zeige ich euch, wie ihr in Rockwell Fahrstraßen automatisch anlegen und diese nach euren Bedürfnissen einstellen könnt. Voraussetzung für das Erstellen von Fahrstraßen und damit für die vollautomatische Steuerung der Modelleisenbahnanlage ist ein funktionierender Gleisplan. Wie ihr diesen erstellt, findet ihr in vielen Erklärvideos. Ohne Fahrstraßen könnt ihr keine Lokomotiven starten, da Rockwell nicht weiß, was geschaltet werden soll. Um Fahrstraßen automatisch zu erstellen, geht ihr unter dem Reiter Gleisplan auf Router. Im neuen Fenster gibt es verschiedene Optionen, auch die Option Signale und Rückmelder automatisch den Blöcken zuzuweisen. Dennoch ist es sicherer, die richtigen Rückmelder manuell den Blöcken zuzuweisen. Mit dem Klicken auf den Button Routing startet ihr die Generierung. Nach erfolgreicher Generierung taucht die Meldung Route Generator Created Routes auf. Jetzt habt ihr erfolgreich die Fahrstraßen erstellt. Wenn ihr jetzt die Automatiksteuerung aktiviert, könnt ihr die Lokomotiven mit einem Doppelklick oder dem Kontextmenü starten. Nachdem der Zug nun im Zielblock angekommen ist und einen Moment gewartet hat, startet die nächste Fahrstraße. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, wurde die Bahnschranke nicht automatisch in die Fahrstraße mit aufgenommen. Dies müsst ihr manuell einstellen. Dazu stoppt ihr erst einmal wieder den Automatikmodus. Um alle Fahrstraßen einzusehen und zu bearbeiten, geht ihr unter dem Reiter Tabellen auf Fahrstraßen. Im neuen Fenster wählt ihr dann die entsprechende Fahrstraße aus, in die die Bahnschranke eingesetzt werden soll oder auch weitere Signale. Im Reiter Allgemein könnt ihr einige Einstellungen treffen, die aber erst einmal unwichtig sind. Unter Geschwindigkeit könnt ihr Fahrstraßenspezifisch die Lokgeschwindigkeit ändern. Wir wollen aber zum Reiter Befehle. Hier wählen wir unter Kennung den gewünschten Artikel aus. Dieser soll dann auf den Befehl Gerade oder Abzweigend je nach Anschluss umgestellt werden. Mit Hinzufügen setzt ihr den Artikel dann in die Befehlsliste. Jetzt soll aber noch die Schranke wieder geöffnet werden, sobald der Zug die Fahrstraße wieder frei macht. Dazu setzt ihr unter Verschließen die Schranke auf Öffnen. Damit wird sie wieder freigegeben und kann wieder geschaltet werden. Jetzt muss noch der Befehl geändert werden. Dieser muss natürlich entgegengesetzt zu dem gerade eingestellten Wert sein. Außerdem und ganz wichtig ist die Einstellung bei Frei werden. Mit Hinzufügen setzt ihr es wieder auf die Befehlsliste. Ja und jetzt ist die Schranke auch schon in der Fahrstraße. Unter dem Reiter Berechtigung sind dann wieder Berechtigungseinstellungen, wie bei den Blöcken zu finden. Wenn ihr jetzt den Automatikmodus startet und die Lokomotive wieder startet und sie dann beim Zielblock ankommt, wird die Schranke geöffnet. In diesem Beispiel ist wichtig, dass ihr die Schranke in allen betroffenen Fahrstraßen einfügt. Sonst wird sie nur bei ausgewählten Fahrstraßen geschlossen und dann wieder geöffnet. Ja und so startet ihr den Automatikmodus in Rockwell. Jetzt steht der vollautomatischen Modelleisenbahnsteuerung über Rockwell nichts mehr im Weg. Natürlich bietet Rockwell noch viele weitere Funktionen rund um die Steuerung der Modelleisenbahn. Diese sind dann aber in der Regel erst für größere Anlagen. Zu beachten ist, dass der Router, also die Erstellung der Fahrstraßen, nach jeder Änderung an der Gleisplan-Darstellung durchgeführt werden sollte. Wie ihr die Weichen, Signale und Blöcke einstellen und Lokomotiven anlegen könnt, zeige ich euch in vielen weiteren Erklärvideos. Viel Spaß beim Nachprogrammieren. Ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare hier unterm Video. Ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.